Was ist die Dinger? Naja Sollte aber vor ein paar Craften lassen, damit wir ein E-Mail System da hinten machen können Dann schauen wir das doch schon mal Eins, zwei, drei Wir brauchen Holz, Jelly, Pollen, Bienenwachs Und die fettigen Dinger Also Fünf Stück Starten Jetzt natürlich weiter Applied Energistics Also wir brauchen dann natürlich Einen Drive Für die Dinger haben Einen Chest brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht Was ich brauche für ein Crafting Monitor Ein Crafting Terminal Von denen habe ich keine mehr, okay Den machen wir auch noch ein Stück her Ja, ich glaube da habe ich noch was von Ähm Das sind diese kommunischen Chisel-Blöcke, stimmt Zweiter schon fertig Ich brauche da nochmal welche Eins, zwei, drei Monitore Ein Terminal Ein Terminal Ein Terminal Okay Ein Terminal habe ich jetzt bei nur einem Crafting Terminal Und halt ein Normales Terminal Normales Terminal So Terminal Dankeschön Was brauche ich noch da hinten Keine Ahnung Keine Ahnung wie viele Core-Blöcke hier habe ich gleich Was für die Dinger sind noch keine da Ah, da sind sie Aber das war es richtig, ne Mit Fünf Lux, Dust & Sand Ne, das ist das nicht Was macht er denn da unten mit dem Whetstone? Das sind glaube ich die anderen Künstler, ne? Äh Mal schließen das ist glaube ich die nachher ich glaube ja fluexdust und send 1 2 3 4 das war so ein komisches grau-dang-ding ne Adi. Adi. Cent. Eins, zwei, drei, vier. Oh, ich hab noch Platz mehr. Vier. Da reichen drei. Damit ich ein bisschen Platz habe. Jetzt bräuchte ich so ein... Quoting. Und... Water. Na, hab ich keinen, aber ein Bucket habe ich bestimmt irgendwo wieder. Bucket. Dann kann ich die nicht da unten reinschmeißen. Ich glaube, die sind nicht gefiltert, ne? Ich glaube, hier habe ich gar kein Filtersystem eingebaut. Na doch. Was war denn hier drunter? Ach so, hier waren die... Die Crystals. Ah. Stimmt. Ja, wenn ich jetzt eigentlich die... damit reinwerfe. Das ist ja nur... Das ist zu viel. Das ist zu viel Platz offen. Baubeutel. Müssen wir mal ein bisschen loswerden. Bobeutel, 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 bobeutel. Und der blockt die Sonne runterfallen. Tschüss, Wasser. Oh, diese Spitzsacke, ne? Die macht mir... Echt alles kaputt. Mach das dann nur mit Hand. Grad ein bisschen nervig. Oh mein Gott. So. Hier ist alles sauber. Ist nur wieder hier das Zeug. Okay. Mein Gott. So eine Spitzsacke anrichten kann. Oh, das war Glas. Mein Gott. Oder muss ich da jetzt was zusammenkräften? Ja. So, und ich glaube Schiff-Kuh. Schiff-Kuh. Die haben euch zum Tanzen gebracht. Jetzt müssen wir halt nur darauf achten, dass wir die gleich wieder zum Tanzen wieder wegholen. Und ich doch gerne die haben möchte. Und ich auch ein paar Crystals habe. Und damit arbeiten kann. Damit halt das System dahin läuft. Wir brauchen noch eine kleine Energiezelle, die das Ganze verwaltet. In der Zeit können wir gucken, was die Festplatten sagen. Ich glaube, fünf Stück müssen schon wieder ready sein. Ah, nee. Jetzt machen wir mal 64k. Ah, wo hängt der denn gerade? Hängt der denn gerade? Hängt der denn wo? Das ist ja gerade am Arbeit. Ah, G3 brauchen wir nur noch. Ich glaube, dass wir vorne am Produzieren. Da ist er auf jeden Fall produzieren. Ah, der produziert gerade Dinge, weil er die anderen eigentlich braucht. Wenn ich hier reinschaue, was braucht er? Die hat er auf jeden Fall. Das ist alles da. Die. Die fehlen. Die hat er noch nicht. Und die kommen jetzt nach und nach rein. Weil er mit denen... Den nehme ich die nächste Stufe machen kann. Deswegen braucht das im Moment. So, das mit der Chest das einprogrammieren. Das ist einprogrammieren. Ne, das war mit engen Prioritäten. So, nochmal auf... Flight Energetic gehen, ne? Aber es ist jetzt nicht. Wir brauchen das hier. Stop. Ne, aufs der. Aufs Deutsch.